So, oh große Fake-Leitfaden, wo führst du mich jetzt hin? Oh, du willst, dass ich ein weiteres Verlies mache. Oh, Freude. Es ist ja wirklich der Hammer. Hm. Ja. Ich habe gerade wirklich überlegt, soll ich das jetzt einfach, die Aufnahme stoppen, oder lasse ich euch jetzt den ganzen Weg mitlaufen? Und wenn ihr ein LP von mir mal durchgeschaut habt, habe ich sehr, 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 sehr selten so einen Weg übersprungen. Also, es ist ein absolutes No-Go bei mir, solche Wege zu überspringen. Was findet ihr eigentlich lieber, wenn ich solche Wege überspringe und einfach Jump-Cuts mache, wie die anderen 13-jährigen YouTuber? Oder, also, Let's-Player meine ich. Oder, ich würde lieber den ganzen Weg genießen. Es gibt auch so die, gibt auch immer die Frage, was für Mods nutze ich. Im Moment habe ich ja nicht einen einzigen Mod laufen, der mit einem Update kompatibel ist. Puh, der Weg ist aber wirklich heftig lang. Ist ja auch keine Wegmogge in der Nähe gewesen, ja. In manchen Spielen passiert ja einiges, also in Fallout 4 gibt es ja auch sehr viel zu erkunden. Auch wenn ich jetzt schon, also, gut wie keine Ahnung mehr habe, was in meinem LP da passierte. Ich muss das ganze LP nochmal schauen. Ja, greif mich ruhig an, verschwendet meine Zeit. Kreditgürtel? Ich habe gerade ein Kreditgürtel gelesen. Jesus. Du bist Gegner. Oh, ich hasse euch. Geh weg, geh weg. Ich hasse diese Gegner. Sie sind die schlimmsten Gegner in dem gesamten Spiel. Aber ich glaube, die meisten, die mich schauen, genießen die Wege. Also, das sehe ich jetzt auch gerade. Die Resonanz im Livestream. Und während ich nach oben laufe, ich habe ja den... Alle anderen Streams sind ja unberührt. Ich bin sowieso die Frage, wie wird es sich Freitag verhalten? Denn findet Freitag jetzt mit Guild Wars das ER statt? Oder findet Freitag Guild Wars später statt um 22 Uhr? Das weiß man nicht. Wahrscheinlich erst Letzteres. Aber trotzdem werde ich einfach trotzdem starten um 20 Uhr. Scheiß drauf. Und Samstag mit Assassin's Creed habe ich mich entschlossen, die Streamzeit zu verkürzen. Und zwei Stunden. Das soll mir und dem Spiel zugute kommen. Weil ich gemerkt habe... ...dass ich einen Tinnitus auf dem Linken habe. Ähm, aber das sowieso. Das... Oh, ich friere ein. Oh, das ist... Oh, das ist kalt. Oh, jetzt kommt Santiano 1 Uhr. Mir ist kalt. Ich kenne den Text leider nicht, aber die singen im Refrain, mir ist kalt. Nee, das soll dem Spielnettenfluss zugute kommen. Denn in zwei Stunden ist meine Energie so weit runter. Und ich bin müde. Und ich glaube, die Zeiten sind endlich endgültig vorbei, dass ich irgendwie sagen kann, vier Stunden durch. Ja, das mit Freitag, das kommt auf eine gewisse Person drauf an. Aber... Diese Person ist relativ stagnierend in der Ausführung gewisser Dinge. Tja. Tja. Von daher... ...wird es wohl erst später sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir erst 22 Uhr starten. Gefrorene Küste entdeckt. Wen schreit er an? Ich sehe hier niemanden. Tja, nun. Sie sind lange weg. Über das Wasser. Und meine Nelftea ist bei Ihnen. Sie hätte einfach mit mir weglaufen sollen. Wir hätten uns auch ohne noch mehr von ihrem schmutzigen Gold durchgeschlagen. Ich weiß nicht, warum sie so treu ist. Nach allem, wozu sie uns gezwungen haben. Mit wem ist sie unterwegs? Die Frostbissräuber. Bastarde. Oh nein. Allesamt. Außer Nelftea. Wir haben genug von dem Blutvergießen. Sie hat versprochen, mich zu holen, sobald sie ihren Anteil von unserem letzten Überfall hat. Aber... Ich habe von Kämpfen an der gefrorenen Küste gehört. Sie ist in Schwierigkeiten. Das weiß ich. Ich werde Nelftea helfen, wo ich... Ihr könnt dieses Schiff nehmen, um zur gefrorenen Küste und zum Versteck der Frostbisse zu kommen. Dieser Ort ist wie eine behelfsmäßige Müllhalde. Hütten und Zelte auf Eisschollen. Keine Ahnung, wo Nelftea sein könnte. Ihr werdet suchen müssen. Verschont keine Räuber, die euch in die Quere kommen. Was ist euch zugestoßen? Die verdammten Frostbisse fanden heraus, dass ich vorhatte, sie zu verlassen. Deshalb beschlossen sie, mich bewusst loszuschlagen und mich so, wie ich war, in meinem Boot hinaus aufs Meer zu schicken. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, dass sie Nelftea nicht in Verdacht hatten. Warum sollt ihr da wollen, dass man sie verprügelt und ins Exil schickt? Wenigstens wären wir dann zusammen. Fernab von dem ganzen Wahnsinn, der in diesem Räuberlager aufkam. Ich würde lieber ein Wurzend blaue Flecke erleiden, wenn wir uns denn nur wechselseitig als Stütze dienen und in ein besseres Leben humpeln könnten. Wie erkenne ich Nelftea, wenn ich sie sehe? Hat sie irgendwas Besonderes an sich? Irgendwie was, woran man Leute erkennt? Sie ist schön, wild und hat helles Haar. Toll. Aber auch einen freundlichen Blick, wenn man sie kennt. Sie trägt einen Schutztalisman um den Hals, den sie von ihrer Großmutter hat. Alte Nordmagie. Sowas hat kein anderer Räuber. Habe ich jetzt schon vergessen, was sie gesagt hat da oben. Könnt ihr mir noch mehr über die gefrorene Küste erzählen? Ist kalt. Der Name sagt eigentlich schon alles. Es ist ein verräterisches Land, wo Flachwasser und Küste das ganze Jahr eingefroren sind. Wir nutzen jenen Ort nur, um uns zwischen Überfällen zu sammeln. Vorsicht auf dem Eis. Es ist nicht fest genug, um ihm zu trauen und das Wasser ist tödlich kalt. Kalt, eiskalt, eisig, eisig kalt. Die vom Eis bedeckte Nordküste des Jaltums Chalma straut nie jemanden, den etwas über den Eis gegangen ist, weil Kredit und so. Das Feuer, das brennt einfach mal blau. Scheiße, das ist lang. Das ist was sie sagt. Oh, die haben Seile. Ziemlich leer hier dran. Bastian, halt mal inne. Gut. Also auch hier gibt es natürlich Bosse. Ich möchte die nicht direkt verpassen. Deswegen hole ich mir die Karte wieder raus. Frozen Coast. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein Irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Da, da ist der Boss. Das klingt so ein bisschen wie so ein Getränk. Frozen Coast. Ja, man kann es auch richtig aussprechen. Frozen Coast. Die Karte ist auch so ein Getränk. Die Karte ist auch so ein Getränk. Die Karte ist auch so ein Getränk. Die Karte ist auch 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 ein Getränk. Die Idee war gut Die Ausführungen sind nicht möglich Ich dachte gerade ich könnte auch hoch Und dann ist da oben eine Brücke In jedem anderen Spiel wäre es wahrscheinlich gewesen Aber hier nicht Hier muss ich ganz hinten rum Ich weiß noch nicht War das hier? Das hier auch irgendwie gar nichts Gut gemacht Bastian Das wäre erledigt denke ich Manchmal ist er noch irgendwie was vernutzen Bastian ich ernenne dich jetzt zu Sophia Autsch Wer Sophia nicht kennt Kennt mein Skyrim LP nicht Da ist Sophia ein Bestandteil Von meinem LP Wie komme ich denn da zur Himmelsscherbe Prinzipiell Der Tag ist unser Ich hab Hühnefrust statt Hühnefrust gelesen Reisen durch was? Neues Buch entdeckt Margreta ich kann nicht einfach gehen Noch nicht Der Überfall findet morgen statt Wenn wir den Kapitän zwei Männer nehmen Blieben ihnen kaum noch Leute um abzulegen Geschweige denn einen Überfall durchzuführen Die Vorräte gehen aus Sie werden verhungern Ich will ja auch nicht das tun Aber wir sind Wir sind jetzt schon seit Jahren Teil der Besatzung Wir schulden diese Leute etwas Wir können sie nicht einfach verhungern lassen Mach keine Dummheiten Nur noch diesen letzten Überfall Dann holen wir unseren Anteil Und verziehen uns Während wir Während die Frostbisse mit den Sortieren ihrer Beute beschäftigt sind In Ordnung In Ordnung Kennt jemand den Weg nach oben Zur Himmelsscherbe? Ich hab irgendwie Keine Ahnung wie ich da hinkomm Ranzoom darf man auch nicht Hüpf Ne Was habt ihr hier für ein Hindernis-Parcours, sag mal. Soll ich jetzt mal über die Seile klettern? Über sieben Seile sollst du gehen. Scheiße. Das klappt anscheinend nicht. Äh. Ne. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Hier vielleicht? So. Mal erst mal hoch. So, geil. Ey, was ist das so für ein Effekt? Oh, ist das übel. Ich merke gerade, wie bei mir die Verdauung beendet wurde. Der Magen drückt gerade das ganze Essen runter. Das heißt, ich kriege gleich in Kürze wieder Hunger. Na toll. Freue ich mich wieder drauf. Wisst ihr, was geil ist, wenn man mitten in der Nacht um zwei Uhr noch Hunger kriegt? Ich war am Rande von Heißhunger. Das ist schlimm. Hä, ein Pinguin. Ein Falke, ich weiß. Das ist ein Falke. Sah aber auf den ersten Blick aus wie ein Pinguin. Wie komme ich zur Himmelsscherbe? Ja. Nein. Der in den Arschbeißende Bär ist wieder da. So, jetzt ziehe ich mir aus deinem Arsch sauberes Fell und rufelt auf jetzt. Och Mann. Wie komme ich zu dieser verdammten... Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich einfach raus. Scheiße, mit Scherbe da rum. Es gibt ja doch keinen Weg dahin. Hier wahrscheinlich jetzt Leute, die sagen... Ja, du bist da durch. Halbriesenausweider. Ich habe schon einen Halbriesenausgeweidet. Da warst du noch ein kleines Kind. Geil, du siehst ja aus wie hier die Tochter von Thanos. Sehr cool. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Ich habe den Namen vergessen von dem Charakter. Nein, ich gehe ins Wasser. Das Wasser ist doch Eis. Bastian, dein Angriff kam leider ein bisschen zu spät. Den Kill schreibe ich mir auf. Oh, ich habe schon wieder was vergessen. Ich wollte doch was lesen. Muss ich das recht machen. Bitte, wenn ich die Folge beende... Bitte Livestream-Chat. Bitte, wenn ich die Folge beende... Und oben links die Zahl gelb wird. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bitte mir schreiben, dass ich noch die... ...die Nachrichten vorlese, die ich bekommen habe. Alter, es tötet mich ja richtig hart. Das Eis. Wenn ich nicht lange genug aufpasse. Fehlhof. Bei kühnes Gnade. Mir ist so kalt. Ihr seid keiner von diesen Riesen. Lauft, bevor es euch wie mir ergeht. Ich suche nach... Nein, nach Elf, wollte ich gerade sagen. Nach der Nelftea. Margreta schickt euch, oder? Die Memme hat sich den idealen Zeitpunkt ausgesucht, um sich von uns abzuwenden. Doch Nelftea macht so etwas nicht. Sie hat zu uns gehalten, als wir sie brauchten. Eine Frostbissräuberin bis ganz zum Schluss. Bis sie tot. Ich weiß es nicht sicher. Sie hat sich gegen diese Halbriesen-Bastarde gut gehalten, aber das Letzte, was ich sah, bevor sie meinen Ausguck zertrümmerten, war ein waschechter Riese, der sie direkt vom Anleger getroschen hat. Falls sie davon erledigt wurde, ist sie mit Sicherheit in Sovengarde. Wo ist sie gefallen? Nordosten, wo diese Ungeheuer angelandet sind. Ihr seid eine Näherin, wenn ihr euch dort umseht, aber ich hoffe, dass ihr ein Elftea lebend findet. Wenn nicht, sage ich ihr, dass ihr es versucht habt, wenn ich die Halle der Tapferkeit erreiche. Geh einfach zu der Halle der Tapferkeit. Scheiße mit Schäbener, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Och, diese Hawker, wie geht denn das? Ihr könnt doch essen. Ihr könnt doch nicht mal essen. Sehen die Hawker in Skyrim auch so aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sehen anders aus. Halb, halb, halb zwei, halb drei, halb vier, halb fünf, halb sechs, halb sieben, halb acht, halb neun, halb zehn. Kapitän, da kommt ein Schiff, die Küste runter, die größte, das größte, das ich je gesehen habe. Gelöschte Lampen, aber man kann es nicht übersehen. Das ist ein Hinterhalt. Ich versuche, sie möglichst viel von so vielen Leuten wie möglich aufzuhalten, aber wir brauchen hier auch andere Besatzungen zur Unterstützung. Und das schnell findet Nift hier an dem Ort, an dem sie fiel. Feuer im Eis. Feuer im Wasser. Ja, lauf weg. Lauf weg, Fuchs. Lauf weg. Oh, das ist aber ein fettes Viech. Oh, der macht direkt mal einen Dicken. Fleisch stinkt nach Axt. Hat er mich gerade beleidigt? Eure Fleisch stinkt nach Axt. Schön. Das war ein schönes Easter Egg Spiel. Wirklich cool. Das habe ich jetzt erst verstanden. Natürlich. Das sage ich mit Freuden. Jetzt ist meine Nase da fieler. Oh nein, doch nicht ins Wasser. Euer Fleisch stinkt nach Axt. Schön. Nach dem Deo. Dein Fleisch stank nach Calvin Klein, oder wie? Und da ist ein Nelf begraben. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Nelf Theas Kekse gelesen. Jetzt ist es wirklich durch. Ey, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Kredit. Und jetzt halt Nelf Theas Kekse. Jetzt wird es übel. Und jetzt die verlorene Küste verlassen. Ach, Gott sei Dank. Ich kriege eine Abkürzung. Das ist ja ganz was Neues. Ich wollte schon zurücklaufen. Wirklich gut. Oh, jemand so im Schiff ist nicht egal. Ich habe Nelf Theas Kekse dabei. Oh, das ist eine Ladezone von... Jetzt gehen sie auf einmal schnell. Komisch. Wo ist sie? Wo ist meine Nelf Thea? War das Irre Hals Kette? Nein. Nell. Warum habt ihr euch für sie entschieden? Was haben sie je getan, um das zu verdienen? Hab Dank, dass ihr mir das gebracht habt. Dass ihr es mich habt wissen lassen. Das ist das Wenige wert, was mir die Frostbisse gelassen haben. Ich finde das übrigens geil, wenn man jetzt hier dieses Sie groß machen würde, ne? Warum habt ihr euch für sie entschieden? Was haben sie je getan, um das zu verdienen? Mit dem Sinn ist der Satz komplett umgedreht. Gewehrs abschließen. Wisst ihr, was meiner Nell widerfahren ist? Ja, sie ist tot. Haben sich diese fauligen Bastarde von den Frostbissen auch gegen sie gewandt? Nö, sie starb bei der Abwehr bei der Horde von Riesen, die Küste angriffen. Riesen? Meine Nell? Sie war immer die Letzte, die bei einem Überfall zur Waffe griff. Warum sollte sie etwas so selbstmörderisches tun, wie gegen Riesen zu kämpfen? Sie machte sich Gedanken darum, was den Frostbissen zugestoßen würde, wenn sie sich eifrisch dagegen einfach geht. Es gibt niemanden, um den sie sich nicht sorgte. Selbst bei einem Überfall, wenn die anderen Frostbisse einfach bloß wegschleiften, so viel sie nur tragen konnten, ließ sie den Ausgeraubten immer möglichst viel zurück. So wollte sie eigentlich nie leben, geschweige denn sterben. Wie sahen eure Pläne aus? Sie mochte Pferde. Nicht, dass sie je auf einem geritten wäre. Sie wollte in einem Stall arbeiten, das Handwerk lernen. Ich wusste noch nicht so recht, was ich wollte, außer mit ihr zusammen zu sein. Jetzt habe ich nicht mal das. Neftea war zu gut für all das hier. Zu gut für mich. Tja, hätte ich mal nicht drauf einlassen sollen. Okay, gut. Eine Quest weniger. Danke fürs Zusehen.